Hallo euch allen, das sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Es geht gegen die Madden Marshals. Tja, und wir müssten ab jetzt jedes Solo-Battle diese Woche gewinnen, wenn wir hier noch was reißen wollen. Der Return über Sanders, über die rechte Seite, endet an der 20-Jahr-Linie. Schauen wir mal, ob es diesmal besser läuft, weil viel schlechter kann es ja eigentlich kaum noch laufen, als das, was wir in den letzten beiden Spielen erlebt haben. Erster um 10 an der 20-Jahr-Linie. Lauf durch die Mitte. Ja, jetzt kommt wieder so ein Babyspiel. Das ist... Ah, nee. Naja, Touchdown Eddie George für die Cowboys. So, der PET ist auch gut und es steht 7 zu 0. Kick-Off ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kneel Down. Heißt, wir haben einen ersten und 10 für die Marshals an der 25-Jahr-Linie. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer da den Quarterback spielt. So, Thunder Smoke, erster und 10 ist der Blitz. So, Lewis gestoppt. Ein Jahr hat Raumgewinn nur. Zweiter Versuch und 9. So, Under Smoke ist der Blitz, den wir jetzt gehen. Das ist Marcus Mariotta. So, Dritter und 6 an der 29. Bis jetzt haben wir die Marshals noch unter Kontrolle. Vollständiger Pass. Miss Tackle, aber der Receiver war im Aus. Das ist wirklich Marcus Mariotta. Wir haben es richtig gesehen. So, Vierter Versuch und 2. Die Marshals müssen also pumpen. Der Ball ist unterwegs. Geht bis an die 12-Jahr-Linie. Sanders mit dem Return. Kommt bis an die 30-Jahr-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Laufspiel über Eddie George. Laufspiel über die linke Seite. Kein Block. 2.11 an der 29-Jahr-Linie. Die George hat eine kleine Lücke. Kommt bis an die 33-Jahr-Linie. Jetzt haben wir einen dritten und sieben. Da müssen wir natürlich auf einen Pass gehen. Nehmen wir den Quick Slant. Keyshawn Johnson und Amai Cooper auf Slant-Routes. Sharp und Hurst sind so meine Sicherungsoptionen. Ich werde etwas irritiert, weil Keyshawn Johnson einfach nicht mehr weiter lief. Der blieb einfach stehen. Deswegen hat mich das etwas aus dem Konzept gebracht. Muss ich gestehen. Die Route habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Wir müssen also pumpen. Jones mit dem Pump. Und bis an die 21-Jahr-Linie. Wunderbar. Sanders setzt Sanders um. Erster und 10 für die Marshals an der 22-Jahr-Linie. Incomplete Pass. Zweiter Versuch um 10. Da haben wir 25 Sekunden zu spielen. Hier im ersten Quarter. Schauen wir mal, was Mariotta jetzt da noch macht. Laufspiel. Ich habe den Hitstick-Tackle probiert. Das passiert, wenn der halt nicht funktioniert. Erster und 10 an der 39-Jahr-Linie. Jetzt laufen hier schon die letzten Sekunden langsam runter. Im ersten Quarter. Kein Spielzug mehr. Wir gehen also gleich rüber ins zweite Viertel. Erster und 10 an der 39-Jahr-Linie. Gleiches Spiel wie gerade eben. Also Wutz hat etwas Probleme zu deckeln, wenn er den Hitstick probiert. Das klappt nicht wirklich gut. Zweiter und 17 ballern der 32-Jahr-Linie, aber trotz alledem 7-Jahr-Raumverlust. Er hat ihn zumindest so lange aufgehalten, bis die Kollegen dann da waren, um das Tackle zu Ende zu spielen. Hier macht er es richtig. Wunderbar. Dritter und 13 damit an der 36-Jahr-Linie. Und das ist ein Sack. Mariotta muss zu Boden. Ryan Chazier. Vierter und 18. Wir sehen den nächsten Punt der Marshals. Aber erstmal sind wir beim Two-Minute-Warning. Die letzten zwei Minuten in der ersten Halbzeit brechen also an. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Also die Zeit dürfte hier nicht so das Problem sein. Ball geht bis an die 18-Jahr-Linie. Sanders mit dem Return. Versucht eine Lücke zu finden auf der linken Seite. Das gelingt ihm nicht wirklich. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 35. Die Werte wären schön, stimmen aber leider so nicht. Und so, wir wollen natürlich mit der Führung in die Halbzeit gehen. Also versuchen wir es mit Laufspiel um Zeit von der Uhr zu nehmen. Eddie George über die Mitte. Kommt bis an die 47-Jahr-Linie. Erster Versuch und 10. So, wir laufen über die Außen. Wir sind ja schon über der Mittellinie. Beides an der 47-Jahr-Linie der Marshals. Da kommt aber ein Blitz von der linken Seite. Dann laufe ich doch mal lieber weg vom Blitz, also über die rechte Seite. Und Eddie George kommt da irgendwie raus und ist an der 24-Jahr-Linie. Neuer erster Versuch und 10. So, Halfback-Dive durch die Mitte. Aber alles zu. Deswegen habe ich noch versucht, über die Außen auszubrechen. Da sah es aber ähnlich zu aus. Deswegen ein Jahr Traumverlust. 2011 Ball ist an der 25-Jahr-Linie. Wir nähern uns langsam schon der letzten Minute hier im Spiel. Langsam ist gut. Jetzt hat sie angebrochen. Dann laufe ich mit Eddie George über die Mitte. Versuche wieder die Lücke über die Außen zu finden. Aber da ist momentan alles ziemlich zu. Wir haben einen dritten und sieben an der 22-Jahr-Linie. Wir beginnen mit einem Passversuch. Ein Slant. Mit Cooper und mit Johnson. Amai Cooper hat das First Arm. Der Ball ist an der 5-Jahr-Linie. First and goal damit. So, Quick Slant. Wenn alle Stricke reißen, laufen wir auch gerne selbst. Da wird aber, glaube ich, ein Blitz angezeigt. Dadurch ist Hurst mein Tight End da hinten frei. Der ist aber nicht in die Endzone schafft. Ich gehe in eine No-Huddle-Offense. Wir haben den gleichen Spaß nochmal. Jetzt aber mit dem Fokus auf unsere Wide Receiver. Und dann macht Keyshawn Johnson den Catch. Ist in der Endzone. Touchdown der des Cowboys. So, der PET-Attempt. Ist unterwegs, sieht gut aus. 14 zu 0. 4 Sekunden vor der Pause. So, Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Da werden wir keinen Return sehen. 4 Sekunden sind noch auf der Uhr. Ich tippe mal, wir werden einen kurzen... Vielleicht auch in der Hail Mary sehen. Nein, das ist die Victory Formation. Das heißt, die Marshals gehen hier aufs Knie. Damit fängt die Uhr an zu laufen. Die letzten Sekunden tickern runter. Und wir gehen in die Halbzeit. 14 zu 0 Führung für meine Cowboys. Gegen die Marshals. Und wir eröffnen die zweite Halbzeit mit dem Kick-Off. Der Kick ist unterwegs. Bis in die Endzone hinein. Kein Return. Touchback. Erster Versuch und 10. An der 25-Jag-Dinge. So, wir blitzen natürlich. Wie gehabt immer weiter. Overload Blitz. Erster und 10. Kein First Down hat noch nicht ganz gereicht. Zweiter Versuch und 1. Schöner Pass auf Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs. Wir blitzen jetzt mit beiden Safeties. Also mit Woods und mit James. Die nach vorne kommen. Laufspiel und das. Uh, das ist knapp. Doch es dürfte, glaube ich, gereicht haben. Lewis mit dem neuen First Down für die Marshals. Erster Versuch und 10. An der 35-Jag-Dinge. Sanders mit einem Verlust von 3 Yards bei seinem Laufversuch ergibt ein 2. und 13. Ball ist an der 32-Jag-Linie. Vollständiger Pass. Dritter und 9. Ball ist an der 36-Jag-Dinge. Jetzt müssen die Marshals aber riskanter spielen, damit sie hier in Ballbesitz bleiben können. Wenn sie hier noch eine wirklich gute Chance haben wollen, dann sollten sie hier unbedingt am Ende des Drives auch ein paar Punkte mitnehmen. Und das gelingt nicht, denn der Ball ist incomplete. Und damit sehen wir einen vierten Versuch. Die Marshals werden punten. Punt ist unterwegs, geht bis an die 15-Jag-Linie. Erster Versuch und 10. So. Das Laufspiel klappt in diesem Spiel doch einfach mal vorzüglich. Also bleiben wir dabei. Eddie George mit dem Lauf durch die Mitte. Ah ja, vorzüglich in Anführungszeichen. Drei Yard Raum gewinnt. Bedeutet, wir haben einen zweiten Versuch unter 7 an der 29-Jag-Linie. Geht über Eddie George. Über die Mitte. Und der hat da schon wieder eine Lücke. Da wird dann noch am Stürzeckel festgehalten. Dreckig, aber regelkonform. Erster und 10. Ball ist an der 45-Jag-Linie. Das Schöne ist natürlich, mit diesen Läufen nimmst du unwahrscheinlich viel Zeit von der Uhr. Schöner Spin-Move von Eddie George. Neues First Down an der 42-Jag-Linie. Ich hatte ja nach dem letzten Spiel echt ein bisschen überlegt, ob ich ihn mal ein bisschen wieder ins zweite Glied zurücksetze. Aber soweit ist Ezekiel Elliott noch nicht. Da gibt es jetzt eine neue Team-MVP-Karte. Wenn ich die habe, dann denke ich mal, wird auch Ezekiel Elliott wieder unser Starter sein auf der Running-Back-Position. Momentan bleibt es aber noch bei Eddie George. Und der ja auch kein schlechter ist, um Himmels Willen. Die letzten beiden Spiele hat er mich etwas genervt, aber ansonsten ist er schon gut dabei. 2010, Ball ist an der 42-Jag-Linie. Wir sind im Schlussviertel. Wir laufen mit Eddie George über die linke Seite. Wir haben dort eine wunderbare Lücke und kommen bis an die 28-Jag-Linie. 173 Yards hat Eddie George in diesem Spiel bis dato runtergerissen. Und ich glaube, die 200 will er auf jeden Fall noch voll machen. Lauf spielt über Eddie George über die linke Seite. An der 24-Jag-Linie ist Schluss. Wir haben einen zweiten Versuch und sechs an der 24. Wir nähern uns schon langsam dem Two-Minute-Warning. Dann wird natürlich der Faktor Auszeiten hier sehr wichtig werden. Boah, was für ein Move. Eddie George auf dem Weg in die Endzone. Das ist der Touchdown und das ist damit auch die Entscheidung. Hier in dem Spiel, kurz vorm Two-Minute-Warning, gehen die Cowboys jetzt mit 21 zu Null in Führung. Der Drops ist gelutscht. Kick-Off ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Kneel-Down. Touchback. Erster Versuch und zehn an der 25-Jag-Linie. So, wir hatten neun Sekunden noch bis zum Two-Minute-Warning. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Ich habe wieder, ich will also nicht wundern, dass das so komisch aussieht. Momentan tackle ich mit Absicht so schlecht. Einfach, weil ich mich wieder mehr auf den Hit-Stick konzentrieren möchte. Dass dort mehr Power reinkommt. Ich muss nur mal schauen, ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür nicht auch wieder die Geschichte mit der Face-Mask-Strafe riskieren muss. Das muss ich mir gleich mal eben anschauen. Und das war ein toller Pass von Mariotta. Two-Minute-Warning. Ball ist über die Mittellinie an der 46-Jag-Linie. Okay, ich will mal eben kurz das anschauen. Das war doch der Strip-Ball, ne? Two-Strip-A-Ball. Ne, das lassen wir mal. Da bleiben wir bei den... Ja, Hit-Stick-Tackles, da bleiben wir bei. Das ist in Ordnung. Das andere, das weiß ich sowieso, da hat man einmal eine Chance, einen Fumble zu bekommen. Bekommt dafür beim Laufe des Spiels mindestens drei Face-Mask-Strafen. Und die tun ja immer richtig weh mit 15 Yards. Also deswegen bleiben wir lieber dabei. Second-End-Inches von der 36-Jag-Linie. No-Huddle-Offense jetzt der Marshals. Und da geht er zu Boden. Da war wirklich... Ja, war die Line sehr löchrig. Erstes Time-Out genommen von den Marshals. Nummer 3. und 8. Was für ein Pass von Marcus Mariotta. Riesending. Der Ball ist an der 21-Jag-Linie. Also da war wirklich ein Mods-Pass. Ein ganz toller Drive, den die Marshals hier jetzt hinlegen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum erst so spät? Warum erst in den letzten zwei Minuten eines Spiels? Incomplete Pass. Zweiter Versuch um 10. Vollständiger Pass. Der Ball ist an der 15-Jag-Linie. Dritter Versuch und 4. Wir nähern uns der letzten Minute hier im Spiel. Boah, was für ein dreister Pass von Mariotta. Der zu einem Touchdown führt. Also Respekt. Starker Ball auf Julian Edelman auf den MVP des Super Bowls. Das war toll gespielt. Das war richtig toll gespielt. Der PET. ist unterwegs. Der ist gut. Oh, ein On-Side-Kick, den ich auch jetzt nicht mehr per Audible kontern kann. Aber wir haben den Ball gesichert. Da brauchen wir noch nicht mal unser Hands-Team für Jeff Heat. Wir haben noch eine Minute und drei Sekunden zu spielen. Zweimal können die Marshals die Uhr noch anhalten. Diese Auszeiten möchte ich Ihnen natürlich jetzt gerne ziehen. Blitz von der linken. Dann laufen wir dann doch über die rechte Seite. Und da hat Eddie George eine wunderbare Lücke. Kommt bis an die 34-Jahr-Linie. Time-Out Marshals. Second End Inches. Heißt, ich muss ja eigentlich nur die Ballspitze ganz kurz über den First Down-Marker halten. Dann haben wir schon ein neues First Down. Das machen wir am besten mit einem Lauf über die Außen. Über die Mitte einfach. Bulldozer. Ja, das war Netzungsstrau. Ich wäre wirklich besser über die Außen gegangen. Letztes Time-Out genommen von den Marshals. Ab jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. Wir haben einen dritten und zwei. Da kommt wieder ein Blitz von der linken Seite. Wir müssen also über die rechte laufen. Und Eddie George hat das First Down an der 23-Jahr-Dinie. Jetzt läuft die Uhr natürlich weiter runter. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was ich jetzt möchte. Wir müssten hier nicht mehr auf Teufel komm raus Punkte machen. Da bin ich auch in den Solo-Battles kein großer Freund von. Außer wenn es gegen die Redskins geht. Lauf über die Mitte. Da haben wir schon wieder einen Blitz von der linken Seite. So, 2. und 7. Ball ist an der 19. Halfback Stretch. Wir laufen also über die Außen. Nehmen wir für die linke Seite. Eddie George ist unterwegs. Läuft dem Safety weg. Wenn der Platz da ist, dann nehme ich ihn auch mit. Um Himmels Willen. Touchdown der des Cowboys. Damit stellen wir den alten Abstand voraus. Der CPT ist gut. Wieder her. 28 zu 7. Führen wir jetzt gegen die Marshalls. 13 Sekunden vor dem Ende. Ball ist unterwegs. Bis in die Endzone. Man kennt das Spiel schon. Touchback. Bup. Erster Versuch und 10 an der 25-Jahr-Linie. 13 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Der wird, glaube ich, nicht mehr allzu viel anbrennen bei der Geschichte, was jetzt noch kommt. Vollständiger Pass. Schöner, harter Hit von Sean Lee. Zweiter und 5. Da werden sie wohl... Oh, schaffen sie da noch den Snap? Nein, das tun sie nicht. Wir schlagen die Marshalls. Wir können also doch noch Solo-Battles gewinnen. 28 zu 7. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.